Ich bin der Günther, ich komme aus der Dönnerbude und heute gibt es wieder Minecraft Battle. Der Robby Crofter ist dieses Mal nicht wirklich dabei. Wir spielen jetzt online. Ich steige hier ein, wo er ist. Es ist wieder normales PvP Battle, das macht mir irgendwie im Moment mehr Spaß. Gleich geht's los, wenn ich drin bin. Jetzt. Hallo! Ich bin gut. Hab ich schon. Ihr seid auf YouTube. Loll. Hallo. Ja, Logo. Wir racken die alle weg. Gleich. Alter, ich hab besten Skindiger. Ja, das Hardcore-Piggy. Hardcore-Piggy? Ja, ist doch so. Loot? Na! Da! Ich ratier dich! Ich ratier dich! Oh mein Gott! Ich gehe in die Mitte. Ich gehe in die Mitte. Ich gehe immer in die Mitte. Ich gehe in die Mitte. Hi! Ich habe keine Waffe. Ich bin... Ah, ich habe eine Pickaxe. Nice. Ah, da ist einer. Hab ihn getötet. Der hatte gar nichts. Au. Nice. Braucht jemand von euch ein Holzschwert? Ich, ich, ich. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ich habe eine Diaschaufel. Okay, zerklatschen den Muluk. Wo ist er? Ich will ihn klatschen. Ich will ihn klatschen. Ich will ihn klatschen. Nein. Ja. Ah. Recht. Hab ihn. Ja. Hier beide gehen. Recht. Ja, schön. Hilfe, warte kurz. Ich will gucken, was der für Loot hatte, den ich mir verdient habe. Ja. Kann es losgehen? Na, danke. Nee. Nee. Oha, ich wäre fast verhungert. Nice! Die erste Runde, die ich gewonnen habe, überhaupt in Battle. Jetzt habe ich zum ersten Mal überhaupt Battle geworden. Bucht, Y, gut. Ja! Ich mag Nüsse. Ich begehe Suizid. Ich helfe dir Feuerwerk zu machen, Tü. Ui! Au! Wir wrecken sie! Auf zum Schiff! Ich habe einen Bogen und ein paar Pfeile und was zu futten. Ich suche, ich suche Loot. Ich habe keine richtige Waffe. Hallo! Ich bin auch unten. Ja! 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 Und ich weiß, wie macht. Ja! Ja! Achtung, wer ist das? Hier in der Mitte ist einer. Da schlägt mich einer kaputt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ja, weiß ich. Vor dem renne ich ja weg und ich habe kein Essen mehr. Ich bin tot. Nice. Gut bis Ende. Ja. Und er ist verhungert. Du hast ihn nicht mal gereckt. Oh, geht's wieder zum Schiff, ja? Hallo? Ja. So heißt ich nicht. Wo ist das? Ach. Wir gehen wieder zum Schiff, okay? Ach. Ich war nicht auch mal nicht so lang. Ich verpiesse mich. Ich bin Harald. Ich bin eine Walnuss. Oh, eine Walnuss. Gigi, Gigi. Oh ja, nice. Mein Brunnen. Ich bin im Brunnen. Ich bin King von Brunnen. Nächste Runde. Ich wreck euch alle. Wir gehen dann gleich wieder zum Schiff. Ja. Nein, es hat Diaboot. Aber nur eine Angel. Nein, es hat direkt einen getötet. Nein, es hat direkt einen getötet. Nice. Die Aschaufel. Wo seid ihr? Ich bin beim Schiff. Oh, ich hab Kugel ein. Er hat einen Freund. Er hat einen Freund. Da sind welche. Ich wreck ein. Ja, ich bin noch da. Ich bin ich. Ich bin ich. Bitte nicht schlagen. Oh, da war einer. Einer ist noch außer uns da. Ich guck mal, wo der ist. Und es sind auch nur noch... Ich komme gerade zur Mitte. Achtung, nicht hochschießen. Ich kletter gerade da hoch. Das bin ich. Ich seh den anderen. Ihr kommt grad von oben. Ich kletter dich. Jetzt wirst du easy weggerackt. Aha. Scheiße. Ich bin da. Scheiße, das ist ein anderer. Ich bin fast tot. Ich hab Trank der Schwäche. Das will ich ihm reindrücken. Wo seid ihr? Ich hab' ein Schwert. Wo ist er? Wo ist er? Ich räche dich. Nice. Nur noch wir. Ich räck' dich. Ich räck' dich. Welche, die was bringen. Cool. Nice Runde. Nice Runde. Nice. bäthin. Mit dir, zuh. Na ja. Erstmal für Buchtstimmen. Dann Y. silo kurz mal warten weiter geht hat immer noch für bucht gestimmt habt ihr schon alle y gedrückt schmeißt ich gleich raus und blut auf zum schiff auf zum schiff auf zum schiff ich bin hinter dir achtung ich bin da hallo ich bin da hinter dir ist jemand habe ihn braucht jemand von euch eine pickaxe braucht jemand eine pickaxe oder habt ihr alle eine waffe okay braucht niemand ich sehe einen ich rege ihn das ist auch der den ich sie hab ihn das hinter der pia schaufel direkt mich direkt mich direkt mich mach ich er ist weg er tötet mich bin tot ich setz kurzen katten der aufnahme ja nächste runde hat für bucht gestimmt das wäre so lächerlich wenn jetzt nicht die bucht dran kommt wenn wir mal voll sind die Geht euch an, der du einen Creeper hin. Geht euch an, der du einen Creeper hin. Geht euch an, der du einen Creeper hin. Oh, ich bin ein. Okay, dann gehen wir an. boom und es kommt hoffentlich das richtige natürlich bucht wer sonst auch scheiße und scheiße ich hab nix doch auf zum schiff ich hatte eine angel achtung das bin ich da ist jemand da ist jemand der mich recht hilfe der hat eine dia schaufel das noch einer da will mich einer töten gut ich bin tot ich bin gleich tot da team gerade zwei auf mich ich komme hier nicht weg die töten mich los tötet sie der der mich getötet hat das direkt ja und hat gleich verlassen tötet euch! fight! fickt! go fight! go fight! go fight! ja nice go fight! 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 oh der mit dem stein schwert ist tot! nur noch drei die zwei und du los! es ist los! Sie sind hinter die Achtung. Er zielt. Achtung, er kommt! Letztes Battle muss ich jetzt leider machen. Ich mache jetzt letztes Battle. Ich mache jetzt die Achtung. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, jetzt müssen wir nochmal richtig ausrasten zum Schiff. ich nur eine und in der war nicht mal was sinnvolles drin da ist einer der mich gleich weg regt beim boot ist einer bist du los ich hatte gerade stärke trank drin ist du das du leckst was ja genau ich hatte noch volle hungerbalken bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal